Was sind die Pflichten eines Bewahrers? Oh, Cicero kümmert sich um die Leiche unserer Dame. Ölt sie ein, konserviert sie, hält sie sicher. Er sorgt dafür, dass niemand sich dem Sarg unserer Oberin respektlos nähert. Was könnt ihr mir über euch erzählen? Ich? Oh, Cicero ist nur der Bewahrer. Ich bewahre. Ich kümmere mich um unsere Oberin, die Mutter der Nacht. Ich sorge dafür, dass sie sauber, geschützt und glücklich ist. Aber ich bin nicht der Zuhörer. Nein, es gibt keinen Zuhörer. Jetzt noch nicht. Aber eines Tages, eines Tages, eines Tages, so hoffe ich, wird sie jemand hören, die Worte. Der Zuhörer? Welcher Zuhörer? Oh, nun, der Zuhörer ist die einzige Person, zu der die Mutter der Nacht spricht. Es ist die höchste Ehre, die einem Mitglied der dunklen Bruderschaft zuteil werden kann. Natürlich ist unsere Gebieterin tot. Also spricht sie nicht durch Worte. Ihre Lippen sind verwest. Ihre Worte erklingen im Kopf des Zuhörers. Ich hörte, es ist eine innige Erfahrung. Aber es gab schon seit vielen Jahren keinen Zuhörer mehr. Unsere Gebieterin hat weder Cicero, noch Astrid, noch sonst jemanden erwählt. Aber eines Tages... Hm, okay. Mehr kann er auch nicht sagen. Fürs Erste. Das kam ja jetzt irgendwie noch durch das Gespräch von eben. Na, was hat er vor? Ja, vielleicht hat Cicero was noch in... Und finde ich ein Federtier, so wird's getötet. Zwei, drei, vier... Ah ja. Ach ja, der Auftrag. Der Auftrag, der Auftrag. Aber ich muss erst mal Bericht erstatten. Das... Da muss ich... Ich glaube, ich geh mal hier lang. Bericht erstatten. Wie ist es euch mit Enodius Papius ergangen? Habt ihr bewiesen, dass sein Verfolgungswahn gerechtfertigt war? Ist tot. Abgeschlossen. Töte... Beitilt oder so ähnlich. Ähm, oh. Nafi ist tot. Glückwunsch. Ihr habt einen abgemagerten Bettler kaltblütig ermordet. Vor euch muss man wirklich Angst haben. Hier habt ihr eure Bezahlung. Hm. Ja, vor uns muss man Angst haben. Und... Äh... Papius ist tot. Gut. Ich hoffe, ihr wart in dieser Holzmühle vorsichtig. An den ganzen Holzsplittern und Nägeln kann man sich ziemlich übel verletzen. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Hier ist eure Bezahlung. Jo. Habt ihr noch mehr Aufträge gehabt? Was denkt ihr über Cicero und die Mutter der Nacht? Ich mag weder Mimen noch fahrende Sänger, Schauspieler, Akrobaten, Jongleure oder Troubadouren. Und von Flötenmusik kriege ich Kopfschmerzen. Am meisten hasse ich aber Hufnach. Und nach den Leichen alter Frauen bin ich auch nicht gerade verrückt. Bei der Nachtmutter will ich aber mal eine Ausnahme machen. Das ändert aber nichts daran, dass ich nur Astrid diene. Hm. Okay. Auf geht's! Jo. Achso, vielleicht ein Tipp für unseren jetzigen Auftrag. Gib uns den nochmal. Bruder? Habt ihr einen Ratschlag für meinen derzeitigen Auftrag? Meine Aufträge sind relativ simpel. Sucht einen Ort auf und tötet dort jemanden. Dieser hier ist etwas anders. Von Astrid erhaltet ihr wichtigere Aufträge, die normalerweise auch komplexer sind. Verliert einfach nicht den Kopf oder gar euer Leben. Um Cities willen. Hm. Wow. Viel Glück. Und lasst euch nicht umbringen. Hab ich nicht vor. Aber der Tipp war ja jetzt mal mega hilfreich. Gut, dass wir ihn gefragt haben. Sonst hätten wir diese schlaue Erkenntnis nicht bekommen. Ähm. Doch, ich geh richtig. Achso, sie hat ja auch einen Lageplan. Geht und kümmert euch um den Muiri-Auftrag. Jo. Machen wir. Ich geh jetzt rein. Astrid ist die Herrin der Zuflucht der Dunkle Bruderschaft und ihr Wort ist Gesetz. Aber wenn das da schon so steht, könnte das und mit dem Aussagen von Cicero vielleicht noch sich ändern. Also ist jetzt so meine Vermutung, wie die Geschichte so weitergehen wird. Wo wollte ich jetzt hin? Wo ist der Fall? Muss ich das erst aktivieren? Ja. Oben rechts, oben links meine ich. Denn nach Magath. Manche glauben, ach, das ist ja schon... Das haben wir schon x-mal gesehen. So. Hier. Die Dunkle Bruderschaft übermittelt euch ihre Grüße, Muiri. Die Dunkle Bruderschaft... Au, au, ich... Meine Güte, ihr seid wirklich hier. Das schwarze Sakrament. Es hat tatsächlich funktioniert. Offensichtlich. Sagt mir, was ist euer Begehr? Was ich brauche? Den Tod von Élard Dufres. Er soll zur Strecke gebracht und getötet werden, wie diese miese Ratte, die er ist. Ich brauche mehr als nur das, um weiterzumachen, weil... Ich brauche mehr als das, um weiterzumachen. Ich habe es nicht gewusst, als wir... ...zusammen waren. Aber Élard ist tatsächlich der Anführer einer Bande, Halsabschneider. Räuber! Sie haben sich in einer alten Zwergenruine verkrochen. Raltbitar. Das ist in der Nähe von Windhelm. Sie nutzen sie als Stützpunkt. Dort führen sie ihre Überfälle aus. Ich möchte, dass ihr in die Ruine geht. Élard Dufres sucht und ihn tötet. Seine Freunde kümmern mich nicht. Mit ihnen könnt ihr verfahren, wie ihr wollt. Aber Élard muss sterben. So soll's geschehen. Ausgezeichnet. Sobald Élard tot ist, bekommt ihr euren Lohn. In Gold. Ich habe eine kleine Summe gespart. Ich hoffe, sie reicht. Aber... Nun ja. Da ist noch eine Kleinigkeit. Falls ihr interessiert seid. Ich bin ganz ohr. Wenn ihr könnt, dann möchte ich, dass ihr noch jemanden tötet. Ihr müsst das nicht. Nicht als Teil unserer Vereinbarung. Aber wenn ihr es tut, dann zahle ich euch sogar noch mehr. Es ist Nilsine Schmetterschild in Windhelm. Wenn auch Nilsine stirbt, dann soll es euer Schaden nicht sein. Erzählt mir die ganze Geschichte. Weshalb wollt ihr Alain's Tod? Ich ging nach Windhelm, um die Schmetterschild-Familie zu besuchen. Sie waren alte und liebe Freunde und in Trauer. Freger war vor kurzem getötet worden. Ermordet. Ich lernte Alain und der Taverne kennen, als ich meinen Kuma ertrinkte. Er sah gut aus und war charmant. Er sagte, ich sei die wunderschöne Lilly seiner Träume. In Alains Gegenwart war es, als ob aller Schmerz einfach von mir abfiele. Aber er hat mich nur belogen. Er hat mich benutzt. Er hat meinen Ruf ruiniert. Meine Freundschaft zur Schmetterschild-Familie zerstört. Wisst ihr, warum Alain in Windhelm war? Er hatte von Fregers Ermordung gehört. Er wollte sich mit der Familie anfreunden, mitten in ihrer Trauer. Und hat sie ausgeraubt. Alain hat mich benutzt, um an meine Freunde heranzukommen. Und nun halten sie mich alle für eine Art... Monster! Alain Dufault hat mir mein Leben weggenommen. Und nun nehme ich ihm seins weg. Und... Nilsine Schmetterschild, warum muss sie sterben? Versteht ihr denn nicht? Ich war wie eine Tochter für Tova. Eine Schwester für Nilsine und Freger. Aber die Familie weigert sich, an meine Unschuld zu glauben. Ganz egal, was ich sage. Verstehen sie denn nicht, dass ich benutzt wurde? Dass auch ich um Freger getrauert habe? Nein, sie behandelten mich wie Dreck und warfen mich weg. Wenn Nilsine tot ist, dann wird Tova vielleicht klar, was sie verloren hat. Vielleicht sieht sie dann ein, dass ich ebenso ihre Tochter war wie die anderen. Und wenn nicht, soll sie doch in ihren eigenen Tränen ertrinken. Gibt es sonst noch etwas? Hm, okay. Ja, gut, zugehört. So, in Windhelm. Windhelm, 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 Windhelm. Windhelm. Optional. Und da soll ich hin. Hingucken wir da doch mal rein. Die große Statue von Irklin Hand ist das einzig bekannte Abbild einer Schneeelf. Das sehen wir auch etwas öfter. Na, da will ich ja gar nicht hin. Ich will jetzt erstmal auf die Map. Und am besten mir... Da kann ich mir den Standort nicht markieren. Was habe ich denn... Das ist so, wenn Feinde in der Nähe sind. Ich muss einfach hier lang gehen. Und dann einfach an diesem Berg vorbei und dann komme ich irgendwann an meinem Ziel an. Genau, der jetzt gerade vorne ist, der geht nach Windhelm. Und wir müssen zu dem hier. So, einmal hier rum. Rum, 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 rum. Das ist aber noch nicht, ne? An dem Punkt waren wir auch schon. Warum bin ich denn da nicht gespawnt? Großer Fahrstuhl. Im Raltar. Oder so ähnlich. Können wir... Ach ne, der ist das... Da oben. Wie komme ich da denn hin? Muss ich da doch die... Muss ich bestimmt die Treppe hochgehen. Genau, doch. Ich muss die Treppe hochgehen. Oha. Hier ist nochmal eine große Festung. Von den Zwergen. Ach, das hatte sie ja auch gesagt. Stimmt. Ach, ey. Ich dachte, der will reden mit mir. Oh, das war einfach. Geht doch nicht weg. Die sind ja... Banditen sind ja ziemlich einfach. So. Gold, Eisenpfeile. Dann prügeln wir uns da mal durch. Das ist ja gar nicht so ein... Also doch ein Auftragsmord. Aber nicht so richtig mit irgendwie Hinterhalt und Schleichen. Das war ja... Na, kommt hier gleich ein... Das war gar nichts. Oh, wenn du so langsam aufstehst, dann hast du selbst Schuld. Wenn du stirbst. Oh, da wird er schon gerostet, hier der Skiver. Irgendwas Interessantes noch hier? Nee. So. Ach, das Schild habe ich jetzt mitgenommen. Egal. So. Na, ich treffe nicht. Ich kann nicht zielen hier. Jetzt aber. Aber magiemäßig mache ich gar nicht so viel Schaden. So. Ja. Gut. Wo gehe ich jetzt hin? Experte. Ah. Das ist schon nicht schlecht. Na, da muss ich weiter rechts. Aber dann weiß ich schon mal... Ja. Gerade für Experte. Na gut. Es ist mir verbundet. Auch das war lieber. Ich erfate mich an ein paar DOSE. Und da das hier ist. Alles klar, ja. Vielen Dank.